Karideo, dein Karriere-Video. Immer auf der Suche nach guten Arbeitgebern und spannenden Karrierechancen. Für dich. Du kannst dir vorstellen, in Sachen Geld, Geldanlage bzw. Altersvorsorge zu arbeiten? Die geografische Lage und schöne Landschaft, die Wirtschaftskraft der Region und das gemeinsame Miteinander sind dir wichtig? Begleitet uns heute nach Lörrach. Jetzt stellen wir euch den Karriere-Coach Simon Hupfer vor. Man hört, bei euch kann man sehr viel erreichen. Können andere Menschen auch deinen Weg gehen? Also meinen Weg nicht, denn jeder geht seinen eigenen Weg. Aber sie können einen erfolgreichen Weg gehen. Und wie erfolgreich der wird, der hängt natürlich von einem selber ab und vielleicht auch von Menschen, die einen unterstützen. Und ich hatte das Glück, auf meinem Weg sehr viele erfolgreiche Menschen um mich zu wissen, die mich unterstützt haben. Und das will ich jetzt einfach wieder zurückgeben. Das klingt bereits ganz gut. Hören wir jetzt mehr. Wie sollte man sein? Was sollte man mitbringen? Offen, bereit sich zu verändern und vielleicht sogar ein bisschen verrückt. Kannst du dich hier gut hineinfühlen? Was ist das Besondere an eurer Arbeit? Ich denke grundsätzlich entscheidend ist, dass ich völlig frei von Zielvorgaben arbeiten kann. Ich kann mich persönlich entfalten, habe einfach Spaß bei der Arbeit und vor allen Dingen meine Work-Life-Balance, die stimmt. Jemand interessiert sich für eure Arbeit. Wie sollte man sein? Was sollte man mitbringen? Denn entscheidend ist, dass der Mensch kommunikativ ist, Spaß an der Arbeit mit anderen Menschen auch hat und vor allen Dingen einfach offen ist. Per E-Mail, Telefon oder ganz persönlich. Hier erfährst du mehr. Wir haben vier Videos produziert, um dir beinahe alles zur Arbeit hier zu zeigen. Carilio. Dein Karriere-Video.